Hi, schön, dass ihr wieder reinschaut bei smartwatch.de. Wir werfen heute einen ersten Blick auf die Alpina Seastrong Horological Smartwatch. Das ist eine Uhr vom Schweizer Hersteller Alpina. Jetzt werdet ihr euch wundern, was ist das hier für eine merkwürdige Verpackung? Das und noch viel weiteres zu dieser interessanten Uhr gibt es jetzt nach dem Intro. Kommen wir gleich zu einem sehr interessanten Punkt. Das ist die, nennen wir es Umverpackung. Wir haben die Uhr in dieser Verpackung hier geliefert bekommen. Das ist nicht die originale Umverpackung, wenn ihr euch die im Laden kauft, sondern das ist eine Verpackung für Redakteurs und Testseiten, dass die einfach sicher bei uns ankommt. Besteht einfach aus Styropor, dass das Ganze hier, wie angesprochen, sicher bei uns ankommt. Machen wir das Ganze einfach mal auf und da drin finden wir dann die eigentliche Uhr. Die ist noch einmal verpackt in einer Kunststoffhöhle und ich würde sagen, werfen wir einen genaueren Blick auf dieses hübsche Stück Technik. Hat man dann die Alpina Seastrong Horological Smartwatch von ihrer Umverpackung befreit, dann sieht das gute Stück so aus. Sehr schickes und auch ein bisschen massiveres Design. Wir haben hier einen Dünettdurchmesser von 44 mm. Daher ist die Uhr hervorragend für Herren geeignet. Merkt man auch am Gewicht, wenn man sie anfasst und auch ansonsten, wenn man sich das Design ein bisschen näher betrachtet, wird man eigentlich ziemlich schnell feststellen, dass das Ganze sehr maskulin gehalten ist. Zusätzlich gibt es hier noch kleine Broschüren dazu und es gibt hier auch noch, wie ihr seht, sicher eine Schutzfolie auf der eigentlichen Dünett sowie auf der eigentlichen Schnalle und dann würde ich sagen, ich erzähle euch ein bisschen was, was die Uhr denn alles so drauf hat und das ist einiges, was besonders für Leute, die das Wasser lieben, sehr interessant sein dürfte. Wenn man sich jetzt das Ziffernblatt genauer ansieht, dann kommt man schnell wieder zu dem Entschluss und auch die technischen Daten dazu. Es handelt sich um eine hybride Smartwatch, klassisches Design mit schickem Ziffernblatt, wie man hier sehr schön erkennen kann, allerdings mit sehr vielen interessanten, smarten Funktionen. Vielleicht kurz zur Optik. Wir haben hier die rote oder beziehungsweise die orange Variante, was die Lünett angeht, mit schwarzem Kautschukarmband. Es gibt auch noch eine grüne, eine marineblaue und eine schwarze Variante. Die Besonderheit bei der grünen und bei der marineblaue Variante ist, ihr habt hier nicht nur die Lünett farblich mit Akzenten abgegrenzt, sondern hier hat auch das A-Band jeweils eine grüne oder eine marineblaue Farbe. Wenn ihr euch diese Varianten ansehen möchtet, dann schaut auf Smartwatch.de vorbei. Den Link dazu und auch direkt zu dieser Uhr, den gibt es wie immer in der Videobeschreibung. Betrachtet man sich dann die Uhr von der Rückseite, wird auch ziemlich schnell ersichtlich, das Gehäuse ist aus Edelstahl gefertigt und hier hat man dann auch nochmal den hübschen Alpina-Schriftzug mit dem Logo drauf. Sieht man meistens nicht, wenn man es am Handgelenk hat, allerdings ist das Ganze wirklich sehr hochgradig verarbeitet und da gibt es absolut nichts dran auszusetzen. Apropos Kautschukarmband, das ist natürlich auch wieder eine Sache, die Uhr ist wasserdicht bis 10 ATM, das heißt bis 100 Meter, ihr könnt auch problemlos mit dieser Uhr tauchen und in diesem Sinne kann man dann auch problemlos mit ihr schwimmen, duschen oder sich auch einfach nur die Hände waschen. Auch möchte ich noch auf ein kleines Detail hingehen, das ist hier der Alpina-Schriftzug auf der Schnalle, das ist designtechnisch wirklich hervorragend gelöst und auch die Kombination zwischen Silber und Schwarz sieht einfach sehr gut aus. Doch wie es sich jetzt für eine Hybrid-Smartwatch gehört, die sieht nicht nur toll aus und hat eine klassische Optik, sondern die hat auch sehr viele smarte Funktionen. Dazu gehören bei dieser Uhr hier Aktivitäts-Tracking, zum Beispiel die Schritte, der Kalorienverbrauch oder die Gesamtdistanz, die man am Tag gelaufen ist. Es gibt eine Schlafüberwachung, ihr könnt die Uhr als Wecker benutzen und zum Schluss gibt es auch noch eine Mitteilungsfunktion, sprich eingehende Anrufe, SMS oder was auch immer ihr sonst auf eurem Smartphone eingehen habt, könnt ihr mit dieser Uhr hier euch anzeigen lassen, so müsst ihr nicht ständig aufs Smartphone gucken. Jetzt werden sich viele fragen, ja wenn die Uhr doch so smarte Funktionen hat, dann brauche ich doch da sicher auch ein entsprechendes Smartphone dafür. Das ist richtig, die App, die es zu dieser Uhr gibt, die läuft mit Android und iOS, also alle gängigen Geräte am Markt werden also quasi unterstützt. Angelegt am Handgelenk sieht die Alpina Seastrong Horological Smartwatch dann so aus. Sehr hohes Gewicht, hochwertige Verarbeitung und ein sehr angenehmer Tragekomfort, auch durch das Kautschukarmband, wirklich alles tip top. Ja, dann würde ich sagen, das wäre es mal mit unserem ersten Blick auf dieses hübsche Produkt aus dem Hause Alpina aus der schönen Schweiz. Wenn ihr mehr zu diesem Produkt wissen möchtet, dann besucht doch einfach smartwatch.de, da gibt es demnächst auch noch einen ausführlichen Test zu diesem Produkt. Ansonsten für weitere Infos zu anderen Hybrid Smartwatches auch da, smartwatch.de, schaut bei uns vorbei. Und in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt und bis zum nächsten Mal.